In dieser Einheit schauen wir uns Binärsuche genauer an. Ich erinnere Ihnen zunächst mal nochmal in Erinnerung, was wir das letzte Mal gemacht haben. Und dann leiten wir das Programm für Binärsuche her. Und zwar zunächst als Pseudocode und dann etwas detaillierter, einmal sequenziell, zum anderen als rekursives Programm. Und in der nächsten Einheit analysieren wir Binärsuche dann. Also jetzt erinnere ich Ihnen nochmal daran, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir haben gesagt, wir sortieren unsere Karteikarten nach Namen. Also Anna vor Anne, vor Kurt, von Michael, vor Sohe. Wenn wir nach einem X suchen, ziehen wir geschickt eine Karteikarte raus. Und wir haben uns schon überlegt, wir sollten die Karteikarte in der Mitte nehmen. Dann vergleichen wir das X mit dem Y. Wenn das X gleich dem Y ist, dann sind wir fertig. Und wenn es ungleich ist, dann steht es entweder vor oder nach Y in der alphabetischen Ordnung. Und wir schränken die Suche ein, dann entweder auf die Karteikarten davor oder auf die Karteikarten dahinter. Also, wir haben eine Liste mit N Elementen, die ist aufsteigend sortiert. Also, so wie wir das vorher hatten, etwa 2, 5, 7, 13, 19, 21, 34, 45, 46, 50, 51, 52, 59. Und nehmen wir jetzt mal an, wir suchen nach der Zahl 51. Dann gehen wir in die Mitte, das wäre hier. Wir vergleichen die 51 mit der 34. Die 51 ist größer als die 34 und deswegen können wir es einschränken auf die Elemente dahinter. Oder anders ausgedrückt, wir können die Elemente davor wegwerfen und auch das Element 34 wegwerfen. Wir haben es jetzt eingeschränkt auf die 6 Elemente, die dahinter stehen. Da gehen wir wieder in die Mitte. Wir vergleichen 50 mit 51. Das steht dahinter. Deswegen können wir die Suche einschränken auf die Elemente dahinter. Und können alle Elemente davor einschließlich der 50 wegschmeißen. Jetzt haben wir es eingeschränkt auf die 3 Elemente. Wir gehen wieder zur Mitte. Das ist die 52. 51 steht vor 52. Und das heißt, wir können die 52 und die 59 wegschmeißen. Uns einschränken auf die Elemente davor. Wir gehen wieder in die Mitte. Und wir sind fertig. Und haben es gefunden. Machen wir vielleicht auch noch eine nicht erfolgreiche Suche. Und ich suche in der ersten Hälfte, damit ich... Suchen wir mal nach 15. Wir vergleichen 15 mit 34. 15 ist kleiner. Wir können alle Elemente dahinter ausschließen. Wir sind in der ersten Hälfte. Wir vergleichen 15 etwa. Die Mitte ist etwa hier. Wir vergleichen 15 mit 13. Das ist dahinter. Also können wir alle Elemente einschließlich der 13 ausschließen. Wir gehen zu dem Element in der Mitte. Dann wäre vielleicht das hier. 15 ist kleiner als 19. Deswegen können wir die Elemente ausschließen. Und jetzt ist kein Element mehr übrig. Also 15 nicht in der Menge. Jetzt schreiben wir das mal als Code auf. Der Algorithmus. Also wir haben unseren Karteikartenkasten. L1, L2 bis L N. Und da ist L1 kleiner als L2, kleiner und so weiter als kleiner als Ln. Wir verschaffen uns zwei Zeiger. L und R. Und die Eigenschaft, die wir aufrechterhalten, ist, dass, falls das X vorkommt, dann ist X eins von den Elementen LL bis LR. Ja, das stimmt am Anfang, dass das L ist 1 und das R ist N. Also falls das X vorkommt, ist es eins der Elemente. Klar. Jetzt treten wir eine Schleife ein. Solange L kleiner gleich R. Denn wenn L kleiner gleich R ist, dann sind noch Elemente da. Wir sind nicht fertig. Dann verschaffen wir uns den mittleren Index. Also wir rechnen L plus R halbe und runden ab. Das schreibt man entweder L plus R als Floor oder man schreibt L plus R halbe. Und L plus R halbe abgerundet ist immer größer gleich L und kleiner gleich R. Ja, denn R, L ist größer, also das hier, das R, wieso stimmt das? Ja, weil L plus R halbe abgerundet ist. Das R ist größer gleich das L. Das ist also größer als 2L halbe abgerundet. Und das ist größer als L abgerundet. Das ist größer als L. Denn 2L ist eine ganze Zahl. Also hier passiert nichts beim Halbieren. Okay, dann haben wir also M, diese Zahl, zwischen L und R. Wir vergleichen das X mit dem Lm. Wenn wir gleich sind, dann haben wir das X gefunden. Wenn wir kleine sind, dann können wir alles ausschließen, was einschließlich des M und alles danach. Das heißt, wir setzen R auf M minus 1. Und falls das X größer als Lm, dann können wir alles ausschließen, was vor der Mitte kommt, einschließlich der Mitte. Wir setzen L auf M plus 1. Also nochmal. Wir haben hier L. Wir haben hier R. Wir nehmen einen Index M in der Mitte. der echt zwischen L und R liegt, der zwischen L und R liegt, L und R einschließlich. Wir vergleichen das X damit. Entweder haben wir es gefunden, in dem Fall. Oder wenn das X kleiner ist, das Lm ist, dann können wir das R hierher setzen. Und wenn das X größer ist als Lm, dann setzen wir das L hierhin. Und schließen alles links davon aus. Und schauen wir uns das mal in einem ganz kleinen Beispiel an. Also wir haben das hier. Und wir suchen nach einem Element hier, das zwischen dem ersten und dem zweiten liegt. Dann setzen wir ja L auf 1. Wir setzen R auf 3. Wir berechnen dann das M als 1 plus 3 halbe abgerundet. Das M ist also 2. Wir vergleichen das Element mit dem mittleren Element. Das steht davor. Deswegen können wir die Elemente ausschließen. Und die Elemente ausschließen, heißt, wir setzen das R auf 2. Das R auf 1. Wir berechnen das M. Das wird jetzt auch 1. Wir vergleichen das Element mit dem ersten Element. Das ist größer. Und weil es größer ist, setzen wir das L auf M plus 1. Und jetzt hören wir auf. Denn jetzt ist nicht mehr der Fall, dass L kleiner gleich R ist. Ja, also das ist Binärsuche als Algorithmus. Und jetzt schreibe ich es nochmal anders auf. Also es ist eine rekursive Version. Wir haben wieder unseren Karteikasten. Und wir schreiben eine Prozedur, ein Verfahren. Suche X in dem Karteikasten. Und das bestimmt, ob X in dem Karteikasten vorkommt. Was machen wir? Falls der Kasten leer ist, ist X nicht vorhanden. Das war vorher der Fall, dass L größer ist als R. Sonst nehmen wir den mittleren Index, so wie vorher. Also M ist der mittlere Index. Falls X gleich M ist, dem L M ist, dann sind wir fertig. Falls das X kleiner als L M ist, dann suchen wir weiter. Und zwar in dem Teilkasten der Elemente vor dem L M. Also nochmal, hier ist unser Kasten. Wir nehmen irgendein M. Wenn das X kleiner ist als das L M, dann suchen wir da weiter. Und wenn das X größer ist als das L M, dann suchen wir da weiter. Und so wird der Kasten immer kleiner. Und irgendwann ist entweder, kommen wir in den Fall, dass X gleich dem L M ist. Dann haben wir das Element gefunden. Oder der Kasten ist leer. Dann können wir schließen, dass es das Element nicht gibt. So, in der nächsten Einheit analysieren wir jetzt die Laufzeit von Binärsuche.